Ladies and gentlemen, drinnen und herzlich willkommen zurück zu Lets Play TTT auf Kakariko. Wenn dieses über spiel, jetzt muss ich erstmal, ja ich hab noch keine Waffe. Brauchst du noch nicht, Peter du bist eh erst. Bum, bum, ba, 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 ba. Hab Pist-Dickstab, leider kein Traitor, sonst hätt ich jetzt in einem weggerobbt. Fuck off, biatch. ob er hat gesagt christian warum bist du denn so ein tod weil ich ja total ich will halt nur wissen also komisch deinen bereich jetzt schon weggemacht aus instant gründen christian war da christian war da okay ich habe alle absehenden die gewährung sich gegenseitig angeschossen sorry 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 christian war da christian war gerade hochgelaufen ich habe den hingeschossen er war hier ja aber ich habe ich leider ein alibi also bram ist hier ja ich bin heute mal ich habe mich angeschossen hat geschossen der bis zum rammer ist gerade hinter mir gewesen hat mich nicht wenn man auch nicht zurückgeschossen hat ich habe mich auch nicht abgeknallt als ich war im nebel der hat eine shotgun alles ist gut keiner ist gestorben wo es also haben wir für mich nicht ist es denn jetzt christian gewesen christian war auf jeden fall moment also hundertprozentig ja der kam mir der kam hier gerade wo ich gerade hier stehe die treppe hoch und dann ging direkt da ist einer da ist chris jetzt ist er tot schön soll der letzte ich glaube dass es peter ist ich glaube dass es er war traiter werden getötet wo bin ich denn jetzt der andere ok Peter ist der letzte ich glaube dass Peter das ist wow nice okay es konnte nur noch Peter sein brand war prüfen weil er mich nicht weggeballert hast du hast christian weggeballert und sepp war für mich auch prüfen weil er mich im nebel von hinterrücks hätte er mich wegballern können das fahrt joe von vortr ja und ich war auch nicht lob hat had prailer ja krass hatte die technisch stehen den fingern mal still im kopf ok Irgendwas hat heute falsch. Irgendwas hat heute falsch. Das ist echt strange. Wenn jetzt noch ganz Freuden synchron sind, dann ist ja... Wow. Waren die die letzten Tage? Waren die die letzten Tage? Gibt es ja eigentlich eine Rifle in dem Level? Boah, hoffentlich nicht. Ja, also es gibt zumindest eine Autosniper und eine Rifle gibt es auch mal. Guck mal die AUG. Die AUG ist auch stark. Die AUG ist auch stark. Oh Mann, ich bin nicht Traitor. Hat jemand eine Rifle und möchte tauschen? Jolly hat keine Waffe in der Hand. Fickt euch. Nicht hier eine Rifle? Siehst du hier eine? Ja, ich will aber eine haben. Warum hast du da runter geschossen? Wer hat runter geschossen? Ich hab gar nicht geschossen. Bram ist es. Bram hat gesagt, hier geschossen. Alter. Marty war's nicht. Marty war's nicht. Bram hat auch nicht. Bram hat aus Reaktion auf mich geschossen. Bram hat aus Reaktion auf mich geschossen. J war viel zu weit weg. Ich hab mich verteidigt. Ist der tot? Ich hab noch 1 AP. Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich hab in den Dunst geschossen, wo die Schrapnells herkommen von seiner Shotgun. Weißt du, ich hab noch 1 AP. Aber ist doch egal, du hast überlebt. Das ist doch gut. Ich weiß nicht, wo ich mich hin verstecken soll. Ja, ist doch egal. Da liegt ein Toter. Ey, das ist mein... Bram war innocent. Aber J war auch nicht. Der war viel zu weit weg. Oder kann man das von Weitem machen? Ja, die Frage ist denn jetzt, wer hat den jetzt... J hat ihn gekillt und wollte das nicht zugeben. Ich hab ihn nicht gekillt. Wie nah kann man... Ich weiß nicht, ob ich schon gekillt hab. Wie nah muss man dafür dran sein? Ja, aber dann ist ja... Dann ist ja J ja wohl... Ist er ja... Was ist denn jetzt? Ist er jetzt Kill on Cell oder nicht? Wie... Wie nah musst du dran sein? Also eigentlich hat Joni ja einen Illus hin. Ja, richtig. Keine Ahnung, wie nah du dran sein musst, Sepp. Wieso glaubste? Ja, weil J kam halt hier. Hier stand J. Da hab ich den gesehen, dann ging der Nebel an. So, wenn die Entfernung ausreicht, dann war der Jadert. Wenn die Entfernung nicht ausreicht, dann... Wieso ist denn hier noch ne Korps? J hat... Ich hab J gekillt. Wow. Also richtig gekillt, der hatte da erst ne Fake-Leiche. Das heißt, einen gibt's noch und ich bin Proof. Okay, Party. Oh Gott, nein! Fuck, das ist jetzt ganz schlecht. Oh Gott! anche 2,0. Schön. Schön. Und schJohn. Dann war ich schwer mit einem herbe. Dann hab ich noch ne Fake-Leiche gelegt, das hat vielleicht... Aber mit der Fake-Leiche war voll gut, ohne Spass. Warum hast du dann so WOW gesagt? Ich dachte so, ok, jetzt hast du nicht voll verraten, weil... Neee, nee, nee, ich hab WOW gesagt weil ich dann so ansetzen wollte, so Wer soll das jetzt sein? Aber er irgendwie hat das nicht so... Achso. weißt du, der verreckt dann beim Nebel-Battle, ey. Ich hab da nicht gesehen, als wer das war. Ja, ich hab einfach mal so die Maximativ, die Range, die ist irgendwie mega krass. Warte mal. Ich konnte, ich konnte, ich konnte, glaube ich von hier oder sowas aktivieren. Ja, deshalb meinte ich ja. Und ich damit nicht an der Treppe. Die ist mega nah. Ich meine das Ding früher nicht so, oder? Mega nah. Mega breit. Also, da müsste er echt, das ist echt krass. Alter, das kann nicht wahr sein. Es waren nicht Hardy und Christian. Es waren nicht Hardy und Christian. Wer war da? Wer war da? Keine Ahnung. Ich war nicht in der Nähe. Ja, Sepp ist es, Sepp ist es. Sepp hat geschossen. Ja, hat er auch. Traitor down. Nice. Und Christian, auf Christian ist geschossen worden. Okay, das heißt Day oder Bram. Also, Christian hat nix im Proven. Ne. Aus meiner Perspektive. Habe ich doch hinterher gesagt. Okay. Also, Bram oder Jay, wenn Peter das schon so sagt. Oder? Was meinst du, Christian? Ich habe übrigens das erste, was ich gesagt habe, als das Ding anging, war... Ich stehe offen zum Bram. ...Bram und Chris waren es nicht, weil ich euch... Äh, Quatsch. Äh, Hardy und Chris waren es nicht, weil ich euch gesehen habe. Ja. Ich hatte nämlich mal ne Buffer, als es passiert ist. Okay, dann... War das ja ohne Spaß. War Bram oder Jay? Unser Bram herkomme und mich machen muss. Gut. Ja, das möchte ich bitte sehen. Das möchte ich bitte sehen, dass Bram Jay das macht. Dann kann ich nämlich Bram wegmachen. Okay. Jay schießt? Alles klar, Jay is it. Jay is it. Er sagt, dass ich das... Scheiße. Ja. Ja. Klar, dass du das bist. Oh Mann. Ich dachte, Christian wäre da allein und ich könnte ihn dann so umrotzen und an ihm in Schuhe schieben, aber... Ja, weil ich hatte ein Hardy dabei. Ein Hardy war daneben. Dieser Scheißnebel ist immer negativ. Ein Hardy, der will 15 dabei. Ja, total. Wer hat denn den Kick benutzt? Sehr effektiv. Hardy ist eher so ein Raupi, Level 2 oder so. Nix da, Junge. Hab Stachel benutzt, Alter. Giftstachel. Aber gern... Nee, Raupi kann kein Stachel. Giftstachel kann der aber. Nein, das kann nur... Stimmt, Tackle kann der. Richtig. Tackle. Ja, ohne Scheiß. Hornliu kann Giftstachel. Das Geilste war definitiv die Pokémon-Folge, wo Safcon gegen Safcon gekämpft haben ganz am Anfang und sie sich zum Tode gehärtnert haben. Das war super. Wo dann am Ende dann andere Safcon irgendwie zerbrochen ist oder sowas wegen der Hitze. Ich hab keine Ahnung, wenn man das war. Das war mega witzig. Aber es gibt doch in jedem Pokémon-Spiel, gibt es mindestens einen Käfer-Trainer, der nur diese komischen Viecher hat, die Härtner können. Nur um einem auf den Sack zu gehen. Ja. Weil das dann so ewig dauert. Ey, Sepp, verpiss dich bitte. Und, Alter, da ist keiner. Da ist Pidder. Ich sag, Rampador hat. Pidder ist hinter dir. Alter. Ohne Rifle! Jetzt will ich weggehen und jetzt rutschen wir. Hardy's kill on sight, wenn er die Rifle hat für mich. Warum das denn? Nur weil ich, weil du Zeitpass sie. Ich mach dich weg. Sorry. Nicht offen rumlaufen. Der Tod kann immer kommen. Hardy ist hinten. Hardy ist hinten. Ich mach den weg. Hardy ist hier bei mir. Alter, ohne Spaß jetzt. Leg die Waffe nieder. Ja, leg die Waffe nieder. Hardy, leg die Waffe nieder. Hardy, leg die Waffe nieder. Lass dir doch nicht deine Waffen vorschreiben. Alter! Hardy, leg die Waffe weg. Hardy, leg die Waffe weg. Ich hab sie weggeworfen. Wie kann man die jetzt verbrennen? Habt ihr den wirklich jetzt nicht... Ja, der hat die Waffe weggeworfen. Ja, ich hab keinen Bock abgeknallt zu werden, die blöder Scheiße. Ich wollte er doch nur gesagt, dass du jetzt die Schrift hinter hast. Und wer sie berührt, der is it. Hardy darf nicht hinterher kommen, der darf nicht... Fuck, warum denn? Ich will die verstecken. Ey, Mann, das ist doch ne geile, ne geile Rifle gewesen. Ey, sag das richtig. Geh mal weg, Hardy, ja? Ja, doch jetzt ist ein Ding. Hardy darf die Waffe nicht haben. Ja, ich bin nur da. Ist Christian? Wie siehst du, Hardy?! Jetzt geht Hardy echt zum Waffen zu. Hardy? Ich hab sie nicht genommen. Ich hab sie nicht genommen. Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg? Oh komm schon! Oh komm schon! Ja, hinten im Wasser. Einmal hinten weiter. Einmal hinten weiter. Geht's? Nein! Also, der Hardy hat's grad eingekillt! Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Das hat er gesehen. Scheiße, ich hab keinen... Siehste, Hardy ist auch der Trampster. Fuck, ey. Das ist gut, Hardy. Christian ist der Zweite. Christian ist der Zweite. Das ist Quatsch. Oh shit, Mann! Ich brauch meine... meine Rifle. Ja, die liegt dann ab... Ach, Jill. Ach, Chris. Bist du tot? Oh. Ich hab ne Rifle, die ist, äh, am Norden, Westen, Osten, Süden. Nein! Nein! Manni, du Lappen! Ach, Scheiße! Ich dachte, das überlebe ich! War Jay der Letzte! Ja! Oh nein! Cool! Oh Mann! Ich hab einfach so einen Reden-Headshot gegeben, ey! Mensch, ey! Das war hier ein gezielter Hallo! Oh fuck! Ja, die auf einmal einfach einen umgesnackt hat während... Ja, weil... das war voll gut! Weil Jay hatte seinen komischen Magnetstapel an, dann dachte ich mir, knall ich mal den Bram weg, dann hol ich mich schnell an. Weil Jay den Magnetstapel in der Hand hat, dann weißt du, knall ich ja nicht! Ja! Das war halt diese Logik, ey! Ja, aber Jay ist doch... Ne, das ist doch ne super Logik. Du hättest mich weggeballert, Bram, wenn ich den weggehauen hätte. Ja, stimmt auch wieder. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Aber ey, ohne Scheiß, diesen Rifle von Hart... Siehste? Gut, dass ich da hier die... die Restriktionen da rauskomme. Das hätt der Hardy hart rumgewütet mit dem Ding. Ja, da hast du nicht ganz... Oh, ich hab ne Autosniper, Hardy. Wollen wir tauschen? Ne, ne Autosniper will ich nicht. Ne, ne Autosniper ist ja nicht gut genug. Der will nur ne Rifle. Wenn Hardy wieder ne Rifle hat, ist der für mich K.O.S. Warum denn? Ich kann mich doch voll gut gegen andere... Ja, du bist aber zu gut damit. Ne, das geht nicht. Darf nicht. Hey, Hardy. Was denn? Das war auch mal ein Kompliment, Hardy. Der kommt nicht an, der Sneak mit ner Schrotze von hinten. Das bin ich nicht lustig. Na, komm. So, ich mach das jetzt. Aber Hardy war grad schon Traitor. Echt, ja. Hardy war grad schon Traitor. Ne, das ist Hardy. Alles klar. Ist doch gucken, was der für ne Waffe hat. Ich hab ne Shotgun. Verstand, hier. Mach das Ding an, da kann ich ihn wegrotzen. Mach das Ding an. Mach das Ding an. Kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Mach du das doch an, Bram. Komm. Ja, du wirst das anmachen. Ja, du kannst das aber. Komm, mach es an. Peter. Mach es an. Ich weiß das, Dude. Bist du kleine Miese Ratze. Komm schon. Mach es an. Mach es an. Mach es an. Mach es an. Ich schieß drauf. Alter, ohne Spaß. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Peter kommt jetzt. Jetzt macht den das andere da ran. BAM! Bist du wirklich tot? Bist du wirklich tot? Ja. Aua, Alter! Bram ist es. Bram ist es. Bram gesetzt. Scheiße. Okay, Bram mach ich. Was? Was machst du mich? Ja klar, du hast Heidi gemacht. Natürlich. Okay, das ergibt Sinn. Der ist hinten in der Ecke. Welcher Ecke? Der hat den einfach weggeballert. Einfach so. Na, ich hab den nicht einfach so weggeballert. Klar, der hat doch gar nichts gemacht. Okay, bist du da jetzt, Sepp, weil du versuchst mir das in die Schuhe zu schieben? Moment, wieso hast du den getötet, Bram? Lass dich doch reden. Echt mal, sag doch. Ja, ganz einfach aus dem Grund. Ich hab auf Jay gehört und gedacht, er ist ein Sniper. Ein Sniper. Aua, der schießt. Ja. Na gut, der muss sich ja irgendwie schützen, ne? Ich geh Bram mal identifizieren, Sepp. Ja, warte. Moment, hast du ihn getötet? Lebt Bram? Ja, ich hab Bram abgeknallt. Aua! Sepp. Peter hat geschossen. Ah ja. Peter hat geschossen. Glaub mir doch einfach mal, ey. Ich war innocent, du Affenkorn. Ja, ich verglaub dem Bram doch einfach mal, der die Inselten abknallt. Glaub doch mal meine Beweggründe, warum ich den Affenkorn habe. Ja, ich hab dir ja geglaubt, aber ich war Traitor. Deswegen war mir das scheißegal. Der Beweggrund hätte mich jetzt aber auch mal interessiert. Ja, hab ich doch gesagt, weil du ne Sniper von der Hand hattest. Ja, wow, siehst du jetzt mal. Ich war innocent. Hat dir echt voll was gebracht, die These, ey. Ja, ich sag einfach mal, ey. Du bist aber voll gefährlich damit. Ja, Alter. Und? Ja, da hat der Bram uns gut arbeitert. Das war schon ganz gut. Der eine spielt sich den anderen wegen Bullshit. Ich hab nur noch kein Bullshit. Oh, ich hab auch ne Rifle. Han, ich hab ne Rifle. Ja, ich hab auch eine. Wie, du hast auch? Dann muss ich dich töten. Oh nein, dann will ich keine Rifle. Sofort ne Rifle. Das stimmt jetzt. Ja. Warum? Weil du ne Rifle hast. Weil du hast ne Auto. Du musst dann schießt auf mich. Trifft er denn auch? Nee, ich glaub nicht. Du bist halt zu dumm. Naja. Also kannst du auch für mich mit dem Ding hinterher zu reden? Ja, ich will halt ne andere Waffe haben. Wo sind sie denn alle? Da hinten ist einer. Ich hasse das, wenn Hardy ne Rifle hat, ey. Ja, ich hasse das auch. Soll er den nochmal weg machen? Nein, Mann, ich bin innocent, Alter. Boah, hier ist ja noch ne Rifle. Findet man hier nur Rifles. Naja, das war mega cool. Oh Gott! Hä? Geil! Nächster bist du dann aber. Ach, scheiße! Ja, Bram. Christe! Ohne Scheiße! Du bist so tot. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, ich hab hier die Dinger kaputt gemacht, du Wurst. Hast du gerade auf mich geschossen? Ich hab hier die Dinger kaputt gemacht, du Wurst. Ja, okay. Da war ne Bombe. Da oben ist jemand. Ja schön. Da oben ist jemand, Jay. Das ist Chris. Chris ist mir noch egal. Ich will Bram suchen. Bram, lebst du noch? Das ist immer noch Chris. Was? Hey Bram, warum redest du nicht? Ah ja, okay. Warum hast du jetzt Hardy gemacht, kaputt gemacht? Weil der mit der Autosniper stand. Ja, die war echt die geilste Beweggrunde. Ich wurde verschossen. Von. Ja? Ah schade, ich dachte, Sepp wäre das vielleicht gewesen. Aber der wäre das auch ne. Okay, wo ist der andere? Christian schießt auf mich. Also der andere, ich bin in und... Ja, okay, Peter, wir beide. Wo? Oh mein Gott. Sag mir was. Oh mein Gott. Sag mir doch was! Bei dem Fluss! Wird aber von mehr, von mehr Perspektiven auch nicht geschossen. Die machen mich von der Seite! Naja. Oh, ich muss mal kurz nachladen. Oh, mach das so. Da! Nice bisschen. Oh man ey. Ich schieß aber auch so schlecht an. Ist mir egal was ihr macht. 4-2-Spacken ey. Ihr werdet mich nicht zermürben. Ich werde sie immer wieder in den Klopfen. Ja. Bram einfach random. Ah, ihr habt gewonnen! 60 mal Traitor! Wo war das denn random? Was für ne kurze Hunde? Das war aber wirklich nicht random. Boah, das war voll random Bram. Ich danke vielmals bis zum nächsten Mal. Halt rein. Werd' er nicht gewonnen. Hööö. Du, hab ich doch gerade gesagt. WOOOOO! Boah.